Charly is in place Charly is in place Charly is in place Charly is in place In welches Team muss ich gehen? Damit dieses Team verliert, alles klar Au! Ich hab ihn! Pecheneck, die ist noch schlimmer als die M16 Au! Ach die Scheiße, Squad Deathmatch Ja, M416 hat mich auch gerade weg eliminiert Die haben sie jetzt hoch gepuffert Oh, danke Ich hab da eine Klasse verklaut I-Hard Kill Mit der Granate Was ist denn das für eine Nerdwaffe? Ja, ich kann so was spielen Du Dann auch ein Rotpunkt bis hier drauf Ey, mach mal, ich muss nicht schlecht Ne, ich will doch alle Waffen fertig haben Alle Waffen müssen frei sein So, ich hab jetzt hier ein bisschen aufgeräumt Ich komm nur in Alpha und in Bravo Aber Delta ist nicht Aber, dann verliert ihr wenigstens nicht Delta wird voll? Nein, dann könnt ihr auch nicht verlieren Was haben die denn hier? Oh Gott! Au! Hinter uns! Hinter uns! Ja, zu spät Ich hab ne Pech in da Au! Ah! Falten zu halten Wir müssen bis zum Mittelgang raus Ja, wir müssen da raus Ja, wir müssen da raus Hallo! Ja, Alex, bist du wieder da? Freilich Die Frauen nerven halt Ja, die Frauen Alter, jetzt hab ich nur Bravos Code gefunden Na, du bist doch bei uns! Ja, jetzt! Ich hab einfach Teamwechsel gerückt Ja, du bist jetzt drinnen Das ist Quad-Death-Match, oder? Ja Das braucht man eh für einen Auftrag, oder? Maximus hab ich Wird Nur gewinnen musst du nur Da ist noch einer, da ist noch einer! Ah, fuck! Hab ich! Ich leg mal ein Sunny-Pack Oh, da oben rennt auch noch einer rein In den Mittelgang Au! Bei dem Durchgang kämmt da auch einer Ja, ich schmeiß mal ne Granate rein Ich geh mal stüren Pass auf, ne Granate Ich komm hinterher Ja Nein, 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 nein Es ist tot Es ist tot Es sind noch mehr Gut Der Mittelgang Raketen wäre einfach mal Der Mittelgang sind zwei Stück noch Ja Doppelabschuss Gecleared Good Auch ein Sunny Ja, pass auf, ich komm zu dir Ist noch einer Ah, scheiße Eindgehittet ist er Fuck Hinter euch kommt einer Ja Da war zu spät Lass mich vor, lass mich vor Jut Au! 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 Das läuft ja gar nicht mal so schön Die UMP, die UMP tut weh Au! Ja, UMP tut weh Das war Keks, der Hund, der Hund Ja, der hat jetzt Seiden Nicht sterben Die Info kam ein bisschen zu spät Tja, das ist Befehl und Gehorsam, ne? Doof, ne? Äh, ja gut, dann gehen wir hinter, äh, Rad hinterher, pass auf Ja, einen hab ich Gut, äh, ist da Action? Wollen wir da durch nochmal? In der Fahr, wohin Komm mal probieren Ich höre schon die Musik, ey Ja, ist gleich fertig Bis 50 wird's glaub' gehen, oder? Mh Mh Aber wir haben trotzdem noch gut aufgeholt, äh, finde ich Bin hinter dir, Ratte Nein, hab ich Ich geh freu' ich auch für mich mal Ja, ich auch für mich echt Aaaaah Oh, ich musste mit der Pistole noch ein bisschen älger Ich hab' dich wiedererlebend gemacht Thanks Ja, Tube drum Ja, ich auch jetzt Was die können, können wir auch Verdammt, ich bin verreckt Brötchen, Sunnypack 3-Moon-Päckchen Ey, ich bin grade am Wiederbeleben Von rechts, von rechts Ich muss ja nachladen Aaaaah Ey, da heißt einer SS Sergeant Bob Schäbisch, man Aaaaah, fuck, alter Kopftreffer Du Schwanz Schwanz-Longos-Bongos Mann, was dauert denn da so lange, dass ich wieder spawnen kann, alter Ist doch hier, äh, was sagt denn da... Hinter uns! Hinter uns? Hab ich denn grad endlich die Zecke? Aaaaah Ich blick da mitten auf dem Boden rum, der Pisser Der wurde reanimiert Ja und? Oh Ja, na und? Geil Ich muss ja mal Sunnypack hier wieder entlegen Hammers, merci, hä Ach, was ist hier los? Aaaaah Ne Ich würd sagen, geschlagen War aber gut, oder? Nehmt von euch jemand auf? Ich hab grade aufgenommen Aber wenn ich das rein stelle